Hier wünschen wir uns noch eine Abwegung mit der Mitte-Positur, mit Unterrecht, etwas nach unten wirkende Hand. Das ist natürlich problematisch, weil das auch manchmal den Widerstand des Pferdes dann produziert. Grundurte 6,7, Abzug, nur gemacht nur 6,2. Am Start jetzt die 491, Twilight Burning Duncan unter Annika Grysard. Oh Sunny, oh Sunny, oh Sunny, oh Sunny. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.